Ja, heute mal für etwas ungewöhnlicher Kulisse, denn es geht um das Thema Reinklemmen für die KNX-Busleitung. Das heißt, wir schauen uns heute mal so ein paar unterschiedliche Möglichkeiten an, die man hat, um jetzt hier die Busleitungen sauber in der Verteilung aufzulegen. Aber nicht nur in der Verteilung, auch in Verteilerdosen. Da gucken wir uns mal so ein paar unterschiedliche Lösungen an. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dann würde ich sagen, starten wir rein ins Video. Ja, das erste, was wir uns jetzt hier mal angucken wollen, ist wirklich das Thema KNX-Reinklemmen. Also, dass ich das Ganze jetzt hier so habe, ich komme mit meinen beiden Busleitungen in die Verteilung rein und möchte die jetzt eben sauber auflegen, dass ich dann runter verdrahten kann an die Aktorik, an die Spannungsversorgung etc. Das ist jetzt hier natürlich kein, ja, muss der KNX-Verteiler, also der ist vielleicht ein bisschen klein für eine KNX-Verteilung. Aber für die Veranschaulichung hier reicht das vollkommen aus, das ist ein altes Gesellenstück von mir. Aber wie gesagt, zur Veranschaulichung soll das jetzt mal reichen. Wenn man an das Thema Reinklemmen denkt, dann fallen einem da eigentlich die drei großen Hersteller ein. Das ist einmal die Firma Weidmüller, Phoenix und auch Vago und von allen gibt es auch KNX-Reinklemmen. Die wurden mir dankenswerterweise als Muster zur Verfügung gestellt. Hier sehen wir jetzt einmal die Reinklemmen von Weidmüller. Ich schnappe die auch hier gleich noch auf, die gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen detaillierter an. Also eben ganz klassisch, wie sieht so eine KNX-Reinklemmen aus? Ich habe meinen weiß-gelben und mein schwarz-rotes Paar, das jeweils auf einer Klemme gelegt ist. Also ich fahre dann hier eben mit einem Kabel an, brauche pro Leitung, brauche ich eben hier zwei solche Reinklemmen. Einmal gehe ich auf weiß-gelb, einmal auf schwarz-rot und hier sehen wir jetzt unterhalb der Beschriftung, das Ganze ist dann am Ende durchgebrückt. Und das sieht jetzt hier bei Weidmüller, sieht da eben so aus. Bei Phoenix gibt es das Ganze auch, die sehen dann entsprechend so aus. Also auch hier gibt es die typischen Reinklemmen für die Steuerleitung, die dann eben nochmal hier extra farblich markiert sind für KNX. Also hier genau das gleiche Spiel. Wir haben schwarz-rot, wir haben weiß-gelb und auch die kann ich dann hier über die Brückerspur entsprechend durchbrücken. Das Ganze gibt es dann am Ende natürlich auch von Vargo. Da sind die Klemmen ein bisschen größer, das sehen wir aber auch gleich nochmal. Also hier die Klemmen von Vargo, auch hier genau das gleiche Spiel. Also ich habe wieder schwarz-rot und weiß-gelb, sieht man jetzt hier, dadurch, dass das Graue reinklemmen sind, vielleicht nicht ganz so gut. Aber auch hier ist genau das gleiche Spiel. Ich kann das Ganze dann am Ende durchbrücken und kann dann eben auf der einen Seite die kommenden Busleitungen auflegen und dann hier unten die abgehende Seite, zum Beispiel zur Arctorek oder wo auch immer hin. Ich würde sagen, ich baue die mal schnell ein, lege die ersten beiden Leitungen auf und dann gucken wir uns das mal im Detail an. Die Weidmüller-Klemmen, die habe ich mir jetzt gerade einmal von diesem Musterbrett runtergeschnappt. Das macht es jetzt für mich einen Ticken einfacher. Was jetzt bei der Weidmüller-Klemme schon hier drauf war, ist hier die Abdeckplatte. Das gibt es natürlich auch bei den anderen beiden. Hier jetzt bei Phoenix ist das so eine Abdeckplatte. Die klicke ich dann einmal hier auf die Reihenklemme drauf. Die setze ich dann hier in solche Pins rein. Und dann habe ich eben die letzte Klemme auch sauber isoliert. Da muss ich immer so ein bisschen mal rumdrücken, dass sich das überall sauber reinsetzt. Und dann kann ich jetzt die restlichen Reihenklemmen draufsetzen. Dann haben wir jetzt hier die Phoenix-Reihenklemmen. Und zu guter Letzt bei den Vargo-Reihenklemmen habe ich das Ganze schon gemacht. Auch hier haben wir im Prinzip hier so eine orangene Abschlussplatte, um die letzte Klemme zu isolieren. Und auch das kann ich jetzt hier den ganzen Block einmal draufsetzen. Und damit haben wir jetzt hier alle drei Reihenklemmen. Was jetzt bei den Weidmüller-Klemmen auch schon ist, sind hier die Brücke. Die sind hier schon drin und auch schon entsprechend markiert. Wir sehen aber auch hier, sowohl bei den Phoenix-Reihenklemmen habe ich hier meine Brückerspur und auch hier bei den Vargo-Reihenklemmen. Denn es ist ja so, ich will jetzt hier mit meiner Busleitung drauf. Und das soll ja hier das Potenzial vervielfältigt werden. Also ich will ja nicht hier mit lauter Drahtbrücken hier unten arbeiten, sondern das passiert ja alles hier über die Brückerspuren. Dafür habe ich dann zum Beispiel hier bei Phoenix die Brücke. Die gibt es in unterschiedlichen Längen. Die kann ich mir dann auch zurechtschneiden. Und die klipse ich dann im Prinzip einmal hier rein. Vorher natürlich darauf achten, ich muss jetzt hier die Pins rausbrechen, die ich nicht brauche. Weil ich möchte ja nur die gleichen Farben auch miteinander verbinden. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier einfach mal hin und breche mir hier die einzelnen Pins raus. Sieht dann am Ende so aus. Und dann kann ich das Ganze eben hier einmal reinsetzen. Und damit das Ganze jetzt auch noch sauber markiert ist, kann ich dann hier mit einem Fineliner auch die gebrückten Punkte nachfahren. Und dann sieht man das eben jetzt einwandfrei. So, hier haben wir jetzt auch die Brücke bei den Wago-Klemmen drin. Das bedeutet, auch hier bin ich jetzt hergegangen und habe mir die Klemmen entsprechend angepasst. Die Brückerspuren hier sehen dann so aus. Da an der Stelle habe ich mir die jetzt eingekürzt. Hier ein kleiner Hinweis. Das betrifft jetzt weniger die KNX-Klemmen. Hier arbeiten wir ja mit Schutzkleinspannung. Da habe ich jetzt nicht das Problem. Aber bei den normalen Reihenklemmen, da kommt es immer so ein Stück weit auf den Hersteller drauf an. Bei manchen darf ich die Brücke schneiden und mir von der Länge her zurechtschneiden. Bei manchen Hersteller nicht. Das Problem kommt dann eben darauf an, je nachdem wie tief die Brückerspuren dann sitzen, dass die Angaben macht der Hersteller, ob das geht oder nicht, hebe ich nämlich so den Berührschutz auf. Dann kann es nämlich sein, dass ich hier dran greife und eben auf das blanke Kupfer greife. Wie gesagt, hier jetzt relativ egal. Wir arbeiten hier nur mit 24 Volt. Also nicht das Problem, aber eben bei 230 Volt. Das ist definitiv ein Thema, was man beachten sollte. An der Stelle nur mal der Vollständigkeit halber erwähnt. Aber das sind jetzt im Prinzip die drei verschiedenen Reihenklemmen. Wir können bei allen beschriften. Hier ist es jetzt auch schon gemacht bei den Weidmüller Reihenklemmen. Hier haben wir da den Beschriftungsstreifen und hier bei Phoenix hier vorne. Das ist am Ende, würde ich sagen, bei diesen drei Klemmen. Ja, Geschmackssache oder je nachdem, was für einen Hersteller man bei den anderen Reihenklemmen auch schon benutzt. Das schenkt sich am Ende alles nichts. Was man aber beachten sollte, ist hier bei den Vago Reihenklemmen. Ich filme das jetzt gleich nochmal anders ab. Die bauen deutlich mehr von der Höhe auf. Also hier drauf kriege ich keine Abdeckung jetzt hier bei dem Volta-Verteiler oder auch bei den anderen Verteilern mit Abdeckhaube. Wenn die Schiene nicht entsprechend tief sitzt, dann kann ich hier Probleme bekommen von der Höhe. Das sollte man beachten. Da gibt es noch eine Alternative. Die gucken wir uns gleich an. Aber wenn wir jetzt wirklich rein bei diesen Reihenklemmen bleiben, dann sind das eben die drei Varianten. Also hier rechts einmal von Weidmüller, hier einmal von Phoenix und hier einmal von Vago. Das Grundprinzip ist bei allen gleich. Ich habe immer gelb-weiß, schwarz-rot und kann dann so ein Kabel hier einmal auflegen. Das mache ich jetzt gerade einmal schnell, dass wir das noch sehen. Damit sind jetzt hier die ersten beiden Leitungen aufgelegt. Und das würden wir jetzt hier entsprechend noch durchführen und hier unten dann an die Aktorik bzw. auch an die Spannungsversorgung gehen. Die Vago-Reihenklemmen, die lasse ich jetzt hier einfach mal außen vor. Ist im Prinzip am Ende genau das gleiche Spiel. Das Einzige, was jetzt hier eben auffällt, das ist so ein Stück weit ein Unterscheidungsmerkmal. Hier, die beiden Reihenklemmen haben Drücker. Das bedeutet, ich muss hier, wenn ich jetzt die Klemme lösen will, nehme ich mir den Schraubendreher und drücke jetzt hier einmal rein. Und schon löst sich das Ganze und ich kann es aber eben einfach reindrücken. Das ist genau das gleiche Spiel hier bei den Weidmüller-Reihenklemmen und bei den Vago-Reihenklemmen. Da muss ich eben den Schraubendreher einmal rein. Der hält jetzt auch so lang und in der Zwischenzeit kann ich dann die Leitungen anklemmen. Das ist noch ein Stück weit Geschmackssache. Würde mich mal interessieren, was mögt ihr lieber? Reihenklemmen mit Drücker, also das Ganze gibt es ja auch für die normalen Reihenklemmen oder dann doch lieber die Reihenklemmen mit Betätigungswerkzeug, also wo ich den Schraubendreher mit reinstecken muss. Ich hatte ja gesagt, es gibt noch eine Alternative jetzt hier zu den Vago-Klemmen, weil die ja doch sehr hoch aufbauen. Und die sieht folgendermaßen aus. Eine mögliche Alternative könnte beispielsweise so aussehen. Das sind jetzt hier reine Durchgangsklemmen, also wenn wir uns das hier mal angucken, Durchgangsklemmen mit entsprechend vier Anschlusspunkten. Und dadurch bekomme ich jetzt hier auch auf dieselbe Breite, also auf vier Klemmen, bekomme ich hier auch zwei Leitungen aufgelegt. Eben zweimal weiß, zweimal gelb, zweimal schwarz, zweimal rot. Also auf der Seite hier, auf der Anschlussseite. Und das einzige Problem ist jetzt hier, ich bekomme zwar so wunderbar zwei Leitungen aufgelegt, Wenn ich jetzt aber weitermachen würde, also nochmal so einen Block ergänzen, das wären ja jetzt für acht Leitungen, dann habe ich aber das Problem, ich habe hier nur zwei Brückerspuren. Sprich, ich kann jetzt nur hier entweder den schwarzen oder den roten durchbrücken, weil ich belege mir das Ganze ja dann für den weißen und den gelben. Den weißen und den gelben, den könnte ich vielleicht noch umgehen, indem ich hier unten einfach einen Polen mit einem Draht brücke. Also ihr seht, die Lösung, die ist definitiv nicht optimal, aber sie ist zumindestens von der Höhe. Wenn ich das jetzt hier mal so reinklemm, baut das Ganze eben wesentlich weniger auf. Also hier haben wir jetzt, ich würde sagen, nur noch knapp die Hälfte der Höhe. Das wollte ich jetzt eben hier der Vollständigkeit halber einfach nur mal zeigen, dass es diese Durchgangsklemmen mit insgesamt vier Polen oder auch drei Polen, die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, dass es die aber trotzdem eben auch in den Farben schwarz, rot, weiß jetzt nicht, aber gelb, grau eben gibt. So das Thema mit den Reinklemmen, das ist, würde ich sagen, ja auch so das Massenthema. Also das wird hauptsächlich eingesetzt in meinen Augen. Also dass ich die drei Klemmen habe, komme hier mit meiner KNX-Leitung auf, klemme das Ganze hier auf. In der Verteilung sind die einzelnen Aktoren ja einfach per Bus-Topologie verdrahtet. Also von einem Aktor springe ich zum nächsten, bis ich dann irgendwann beim letzten bin und von da aus springe ich dann hier oben drauf oder ich fahre von hier aus nochmal separat die Spannungsversorgung an. Das geht ja auch. Aber es gibt noch eine andere Art von Klemmen, die wir uns jetzt mal noch angucken wollen. Die passen auch so ein bisschen in diese Richtung hier von diesen Vierfachklemmen. Da geht es nämlich wirklich rein um das Thema Potenzialvervielfältigung. Also hier geht es ja darum, dass ich eine Leitung auf der einen Seite auflegen kann und auf der anderen Seite in die Verteilung weggehen kann. Und hier ist es ja eher das Thema, dass ich das Potenzial hier mehrfach zur Verfügung habe. Also viermal und nicht einfach nur auf der einen und auf der anderen Seite. Und da kommen wir zu einem Punkt, der ist zum Beispiel für mich super interessant bei meinen ganzen Demo-Boards. Was meine ich jetzt damit? Naja, springen wir mal ein bisschen runter. Das typische Bild ist ja definitiv, dass ich einfach von hier von der Spannungsversorgung, gut von hier aus vielleicht nochmal hier oben zur Reihenklemme gehe und dann hier auch den Bus weiter durchverdraht, also von hier zu dem Aktor und dann weiter zu dem Aktor. Für meine Demo-Boards zum Beispiel finde ich das aber total nervig, weil ich da viele Aktoren auch wieder ein- und ausbaue. Und dann würde ich ganz gern einfach nur den einen Aktor abklemmen. Und gerade hier mit den Bus-Klemmen ist das, finde ich, doch recht fummelig, hier die Leitungen abzuklemmen. Und da nutze ich ganz gerne eine von den beiden Alternativen, nämlich hier einmal von Phoenix gibt es da die PT-Fix-Klemmen. Das sind im Prinzip einfach nur Klemmblöcke, die sechsmal das gleiche Potenzial haben, also sechs Anschlusspunkte, die alle einfach miteinander gebrückt sind. Hier natürlich in den passenden Farben von der KNX-Leitung. Die sind jetzt hier auf einem Hutschienenadapter. Die gibt es auch nochmal zum Aufkleben mit einem Klebepad. Das ist dann vielleicht interessant für Verteilerdosen. Also wenn ich da in einer Verteilerdose sauber verdrahten möchte und auch da vielleicht nicht die Dosenklemme nehmen möchte oder die Mikrodosenklemme, sondern hier mit solchen Klemmen arbeiten möchte, ist das durchaus interessant. Kann ich jetzt hier einfach reinklipsen. Hier gibt es das Ganze nochmal in einer anderen Ausführung. Also auch ein anderer Hutschienenadapter, so ist das ein bisschen anders ausgerichtet. Kann ich dann auch hier reinklipsen. Und so habe ich eben den Vorteil, ich kann hier in meinen Augen deutlich einfacher den Klemmpunkt treffen und auch wieder den Klemmpunkt lösen. Und dann gibt es noch diese Variante von Vago. Auch das ist im Prinzip einfach nur ein Potenzialvervielfältiger. Das heißt, ich kann auch hier jetzt einfach wie reinklemmen das Ganze einklipsen. Und dann habe ich in aller Regel eben hier unten einmal die Zuleitung. Das wäre jetzt hier in meinem Fall von der Spannungsversorgung. Und hier oben habe ich dann sechs Anschlusspunkte, mit denen ich weggehen kann. Und das Schöne, was ich jetzt bei denen wirklich praktisch finde, ist, ich kann hier auch mit den Brückerspuren arbeiten. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier mir diesen Block größer aufbauen müsste, weil ich mehr Potenzialabgriffe brauche, dann kann ich das jetzt einfach machen. Ich schiebe mir die ein bisschen zur Seite. Und dann kann ich die jetzt einfach hier mit dazu setzen. Und habe mir das jetzt hier so aufgebaut. Und wir sehen, hier unten habe ich eine Brückerspur drin. Das bedeutet, ich kann hier dann mit solchen Brückern arbeiten, die hier einfach reindrücken. Und damit habe ich jetzt, ja, mir entsprechend weitere Angriffspunkte, weitere Anschlusspunkte hier geschaffen. Also das finde ich auch eine super coole Lösung. Jetzt nicht wundern, dass ich hier blau genommen habe. Das ist mein Fehler. Die gibt es natürlich auch in schwarz. Ich habe nur irgendwie bei der Bestellung nicht richtig drauf geachtet und die in blau angegeben. Aber könnt ihr gerne nachgucken. Die gibt es auch in schwarz. Das heißt, ich zeige euch jetzt mal, wie das bei mir dann zum Beispiel aussieht. Soh, precisely. Soh, ich sehe es jetzt mal, wie das bei mir dann passiert. Soh, mein bilion. Okay. Soh, mein bilion. Soh, mein bilion. Also wie gesagt, das ist jetzt eine Lösung, die würde ich vielleicht jetzt nicht in jeder Verteilung so aufbauen, aber bei mir auf dem Demo-Board nutze ich das eben sehr gerne, dass ich hier relativ einfach neue Aktoren anklemmen kann, abklemmen kann, ohne hier jedes Mal bei den Dosenklemmen dran rumziehen zu müssen. Finde ich eine charmante Variante, wie gesagt, geht eben auch genauso gut hier mit den Vago-Reihenklemmen bzw. mit diesen Potenzial-Vervielfältigern. Ja und zu guter Letzt gibt es dann noch diese Teile hier. Was ist das hier? Naja, das sind Hutschienenhalter für die Mikrodosenklemmen. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Mikrodosenklemmen verwenden möchte zum Durchverdrahten, dann kann ich das ganz einfach machen. Es gibt ja die KNX-Anschlussklemme in unterschiedlichen Varianten. Es gibt ja einmal die klassische KNX-Anschlussklemme, dann gibt es das nochmal als Verteilerklemme. Der einzige Unterschied ist hier folgender. Die haben dann hier keine Aufnahme für die Stifte an dem Geräteanschluss. Und dann gibt es das Ganze nochmal als Achtfachklemme. Also eben jetzt gerade für Dosen ist das natürlich ganz interessant, wenn ich die verdrahten möchte, gibt es die eben auch nochmal in Achtfach. So und mit diesen orangenen Clipsen hier kann ich jetzt die Dosenklemmen eben auch hier in der Verteilung benutzen. Das bedeutet, ich clipse das Ganze hier rein. Und dann kann ich jetzt hier einfach entweder die Vierfach hier reindrücken. Genauso hier. Und dasselbe gibt es natürlich auch nochmal für Weiß und Gelb. Auch die kann ich einfach hier unten reinschieben. Und dann habe ich jetzt eben hier eine Halterung für die Mikrodosenklemmen. Und dass die eben nicht einfach in der Verteilung rumbaumeln, weil lose Klemmen in der Verteilung, das ist einfach ein No-Go. So und dasselbe gibt es jetzt nochmal in einer Variante breiter. Also hier habe ich jetzt drei Aufnahmen. Und wie gesagt, die Dosenklemmen, die gibt es ja auch als Achtfach. Also wenn ich jetzt wirklich mal viel miteinander zu verklemmen habe, dann kann ich jetzt eben auch die hier verwenden. Auch die passen hier ein und frei rein. Und auch die gibt es natürlich nochmal in Weiß und in Gelb. Und dann habe ich eben jetzt so eine relativ saubere Möglichkeit, die Mikrodosenklemmen auch einfach hier in der Verteilung zu benutzen. Wenn ich jetzt aber die Wahl hätte, ob Mikrodosenklemmen oder hier PTFix, beziehungsweise diese Potentialklemmen, dann würde ich immer zu dieser Variante hier greifen, weil ich hier im Falle die Ader wesentlich einfacher wieder abklemmen kann. Also hier jetzt mit dem Drücker oder das Ganze gibt es jetzt hier anstatt mit dem Drücker auch mit einem Betätigungswerkzeug. Also dass ich den Schraubendreher reinstecken kann. Das ist, finde ich, in der Verteilung wesentlich schöner dann damit zu arbeiten, als jetzt hier bei der Mikrodosenklemme das Ganze rauszureißen. Aber das ist definitiv ein schöner Problemlöser hier, diese Halterung. Bevor jetzt hier die Klemme einfach in der Verteilung rumbaumelt, was sie ja nicht soll, dann eben einmal so einen Block geschnappt und dann in die Verteilung aufgeklemmt. Wenn ihr übrigens da mal bei den Vago Creators vorbeischaut, das ist eine Online-Plattform von Vago, für 3D-Druckdateien. Da gibt es auch noch coole Ideen oder coole 3D-Drucks, die ihr runterladen könnt und euch selber ausdrucken könnt für diese Mikrodosenklemmen. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man damit dann noch so machen kann. Blende ich euch jetzt hier mal ein, beziehungsweise verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und damit soll es das auch für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video so ein bisschen einen Überblick daran bekommen, was für verschiedene Möglichkeiten an Klemmen es für die Busleitung so gibt. Also jetzt ob von Reinklemmen zu diesen Potentialklemmen oder hier nochmal der Hinweis auf die Mikrodosenklemmen beziehungsweise auf die Halter für die Mikrodosenklemmen. Mich würde mal interessieren, was von diesen Möglichkeiten nutzt ihr selbst regelmäßig oder habt ihr bei euch zu Hause verbaut? Lasst mich das gerne unten mal in den Kommentaren wissen, würde mich echt interessieren. Mich würde auch interessieren, wie fandet ihr jetzt dieses Videoformat? Das war jetzt hier mal so ein bisschen improvisiert hier mit der Verteilung. Lasst mich das gerne einfach mal in den Kommentaren wissen. Euer Feedback interessiert mich da extrem. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert auch gerne den Kanal, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Ich freue mich schon, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Also, bis dahin. Macht's gut. Ciao.